Heute geht's um den Anime Batum. Da hab ich die ersten drei Folgen gesehen und hab mir gedacht, oh mein Gott, da muss ich unbedingt weitergucken, weil mir der schon irgendwie getaugt hat. Von der Story her geht's darum, dass so ein Third-Person-Shooter-Spiel in Japan, in dieser virtuellen Welt, existiert mit dem Namen Batum. Es ist nicht so wie Call of Duty oder sowas aufgebaut, sondern man hat hier nur Bomben, mit denen man seine Gegner töten kann. Doch eines Tages wacht Ryota, einer der besten Batum-Spieler überhaupt, auf einer Insel auf und weiß, dass es gar nicht was los ist. Als er dann angegriffen wird, stellt sich heraus, die ganze Insel soll sozusagen ein Batum im echten Leben sein. Auf seiner Reise trifft er dann noch auf Himeko, die ja dann auch seine ständige Begleiterin wird, zwar am Anfang ein bisschen Groll gegen ihn hegt, aber das legt sich ja dann auch wieder. Ich muss sagen, ich fand das von der Story her eigentlich ganz nett. Ich meine, ich will nicht sagen, dass das irgendwie überwiegend innovativ gewesen wäre und es hat mich auch nicht unbedingt umgehauen, aber es war okay. Zu dem Punkt Animationen kann ich eigentlich gleich mal was sagen, es war Madhouse und es war einfach gut. Da muss man eigentlich kein weiteres Wort darüber verlieren, weil die Animationen hier wirklich eigentlich gepasst haben. Von den Charakteren her muss man sagen, ich persönlich fand die meisten eigentlich ganz gut gemacht, wobei ich persönlich sagen muss, dass wir hier einen relativ eintönigen Charakterhintergrund bei jedem eigentlich haben. Wir fahren generell nur relativ wenig, sage ich mal, bei jedem und das ist halt einfach ein bisschen schade. Dann ein weiteres Problem, was ich persönlich mit diesem Anime hatte, war, dass der eigentlich so vorhersehbar war, wie er ist. Also manche Situationen, die da wirklich vorkamen, hätte ich mir echt gedacht, what, das war doch eh klar, dass das passiert. Und da verstehe ich irgendwie nicht ganz, wieso man das wirklich so offensichtlich macht, dass sowas passiert. Ich meine, es war grundsätzlich nicht schlecht und es ist ja auch nicht so, als hätte mir das irgendwie überhaupt gar nicht gefallen, aber es ist halt irgendwie echt merkwürdig gewesen. Und das Problem ist, es war auch kein richtiger Plot Twist dabei, wo ich gesagt hätte, da hätte ich jetzt nie gedacht, dass das passiert. Und aus diesem Grund, dass man da schon relativ früh ungefähr die Struktur von dem Anime erkennen kann, ist es eigentlich so, dass er ein bisschen monoton und ja, liliar wirkt auf mich persönlich. Das weitere Problem ist halt einfach das Ende. Hier wird wirklich Platz gelassen für eine zweite Staffel. Ich kann das in einer Hinsicht schon verstehen, in der anderen nicht. Also ich bin ja wirklich kein Freund davon, dass man bei einem Staffelende immer ein Cliffhanger-Ending setzt. Besonders nicht bei Staffeln, wo man vorher nicht unbedingt weiß, ob die erfolgreich werden. Und hier zum Beispiel ist es halt einfach fehlgeschlagen. Zwar ist Bitumen unglaublich populär irgendwie in Amerika, beziehungsweise generell im Westen, aber in Japan als solches hat sich das unglaublich schlecht verkauft. Das heißt, eine zweite Staffel wird zu 99% nicht kommen. Klar kann man das als Entwickler vorher nicht wissen, aber ich finde es halt einfach blöd. Das war ungefähr so ein Ende wie bei You McCoy Mary. Da war einfach alles offen. Wir haben hier noch Charaktere, die nicht ihr Ende gefunden haben oder irgendwie gänzlich irgendeine Lösung. Zum Beispiel gibt es hier ja diesen ehemaligen Schulfreund von ihm, der mit einer Frau zusammenarbeitet, Mina Deko. Was weiß ich, da habe ich den Namen dann schon wieder vergessen. Auf jeden Fall, die beiden werden ja dann eine Folge vorgestellt, kommen aber dann nicht wirklich mehr. Also wir haben hier keinen direkten Kontakt mehr zwischen den beiden. Am Ende sind sie immer noch da. Das heißt, wir haben keinen direkten Kontakt mehr zwischen den beiden. Es gibt keine Endlösung, sage ich mal. Dann dieses Kind ist ungefähr auf dem selben Niveau. Ich verstehe es einfach nicht ganz. Musiktechnisch muss ich sagen, ist er eigentlich ganz cool. Mir hat das Opening sehr, sehr gut gefallen. Also da kann man echt nichts sagen. Das Ending war auch ganz nett. Und sonst von der Musik her muss ich eigentlich sagen, ja, es war okay, aber auch nichts unbedingt Umwerfendes. Fazit. Batum ist was fürs Auge. Man hat hier eine doch relativ, naja, mittelmäßige Story, die zwar doch durch einige Sachen zu überzeugen weiß, aber leider doch ihre Schwächen hat. Das generelle Problem bei Batum muss ich persönlich sagen, dass das irgendwie nicht ganz so zum Laufen kommt, als dass man jetzt so extrem in Batum drin ist. Was vor allem zum Beispiel auch daran liegt, dass es einfach so vorhersehbar ist und mit einer Zeit einfach nur noch linear alles runterrattert. Das Fehlen von der zweiten Staffel ist auch extrem schade, weil da viele Sachen einfach nicht aufgeklärt werden und dadurch einfach viel, 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 viel zu viel offen bleibt. Man könnte sagen, klar, liest den Manga, aber das ist so eine Sache, das muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich so ein Cliffhanger-Ending kriege, dann habe ich eigentlich gar keine Lust mehr, den Manga zu lesen, auch wenn ich dann weiß, dass da ein Ende ist. Das war ja bei You, McQueen Mary genauso. Da war so ein schlechtes Ende, wobei das bei You, McQueen Mary nochmal extrem viel schlechter war. Und nach so einem Ende hat man einfach keine Lust, sich den Manga anzuschauen, also so geht es mir persönlich einfach. Und ich persönlich verstehe halt auch einfach nicht, dass man das nicht gleich irgendwie auf 24 Episoden ausgebaut hätte. Ich garantiere nämlich, dass das dann nicht zu den schlecht verkauftesten Animes gehört hätte. Aber hey, jetzt kann man es auch nicht mehr ändern. Wie immer gilt natürlich, alles hier gesagt ist und bleibt meine Meinung. Wenn euch die nicht gefällt, dann könnt ihr hier ganz einfach eine eigene machen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Euer CityBlue.